Die komischen Wesen leben in einem schwebenden Haus. Es ist vollgepackt mit Spaß. Ständig erfinden sie neue Spiele, Geschichten und sogar Sprachen. Die komischen Wesen lieben ihr Haus und wuseln glücklich herum. Nur nicht, wenn Onkel traurig Klos sie besucht. Er meckert, er motzt, er versinkt gern im Trübsinn. Wenn er da ist, werden die komischen Wesen ganz still. Deshalb beschließen sie, etwas zu ändern. Neue Spielregeln für Onkel traurig Klos. Wird er es schaffen, sich daran zu halten?